Steht auf, steht auf, Menschen, schließt euch an, halten wir zusammen, wenn nicht jetzt, wann, dann? Manchmal muss man auch laut sein, vor allem wenn Menschen mit sehr rechtem Gedankengut irgendwo auftreten, dann gehen wir in den Gegenprotest und machen so viel Lärm, dass die keinen schönen Livestream senden können. Hey, 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 für Diversität, wir und ihr, hey, hey, hey! Der zunehmende Rechtsextremismus in diesem Land macht mir Angst und die Angst wird mir genommen, wenn ich was selber tun kann. Die Gefühle gehen einfach ins Trommeln und ich habe das Gefühl, ich kann aktiv sein dagegen und laut. Ich möchte mitwirken, auch in meinem Alter, ich bitte alle auch in meinem Alter, kommt, kommt auf die Straße, macht mit, guckt nicht weg. Die ältere Frau als politische Kraft ist im kollektiven Bewusstsein nicht verankert und das wollten sie ändern. Und wir haben jetzt durchaus auch Opas, sie sind uns auch willkommen, aber die Frauen haben es halt erfunden und offenbar sind auch Frauen unserer Generation aktiver als die Männer. Also Opas aus dem Sessel, macht bei uns mit, macht was eigenes, raus auf die Straße. Würde, Vielfalt, Menschenrecht, Solidarität!